Aber wenn der wirklich vor seinen Nasen, also zwischen euch ist und du weißt, du bist nicht als erstes, dann lieber in den Block reinhauen, damit er irgendwie seitlich wegkommt, weil der lupft einfach über dich drüber, der schießt aufs Tor und du musst in Rückkehrsbewegung verteidigen, also über den Kopf, rückwärts, also ich hau mich da immer in den Block rein, also wenn er vorbei ist, ist er vorbei und wenn ich heim fahre, schießt er immer mit rüber und selbst wenn er scheiße schießt, muss ich rückwärts über mich drüber, Verteidigen? Ich weiß nicht Das ist, das ist ganz schlimm Holst du den Pokal? Du trägst Rall Ich weiß nicht, das ist, ich hab über einen Fisch-Rall gekriegt Mit Wasser innen drin, das sind vier Fisch und ein Wasser Oder wie ein Wassertank oder was Warte 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 Das Screenshot aufnehmen, ja Dann drücke ich das Screenshot Ja, du musst rausgehen und dann nochmal das Screenshot zeichnen, dann ist es da So wie man schon gewohnt Das kommt sonst nicht Verstehst du was ich meine? Ja, nein, bei mir geht es schon eigentlich Normalerweise, wenn ich das Screenshot aufnehme, dann taucht er links auf Aber jetzt weiß ich gerade so, ich hab ihn aufgenommen Dann ist er kurz links aufgetaucht und dann habe ich draufgelegt und dann Oh ja, brauche ich unbedingt Den schickst du nachher Was hat denn der für einen Namen? 5, 7, 5, 7, 7, 5, 7, 5, 7, 5 Was ist das für eine Flagge? Wer? Wo? Otto Irgendwas gesagt Genau, Urgana Ja, ich hätte auch so Urganda gesagt Urgana, Urganda Wer weiß denn sowas? Ah, drei Partien Best of three Wir sind vorne alleine Du Du Ah, ich will dann leicht oben spielen aber Nein Nein Du spießt zurück über mich drüber Ja, der Rauch hat mich beim Wegfliegen so gestört Ich bin hochgestiegen und habe nicht gewusst, wie der Ball ist, weil der Rauch da so groß war Und dann bin ich schon zu weit gewesen Ich habe ja trotzdem springen müssen, sonst kommt mir zu spät Das war zuvor gekommen Das war das Leicht, leicht Oh Was war denn das? Kass Was war denn das? 2 3 2 3 2 3 4 5 5 7 5 7 5 5 7 Ich war nicht bewusst, dass der schon wieder direkt auszutun geht. Also direkt nicht, sondern... Oh Gott! Ich hab keinen Boost mehr. Oh, sehr schön. Einige zwirbelt, Alter. Gute Ablage. Oh, da ist richtig fett einig, niggert. Lack. So, weiter geht's. Weiter geht's. Nice, nice. Den blockt, wahrscheinlich, oder was? Höhere Reingabe kriegt. Also, ich weiß nicht genau, ich hab kurz die Kamera rumgeschüttet gehabt. Ich geh nicht drauf. Ich geh nicht drauf. Wir haben mehr Boosters als wir. Ah, ich geh aufs Guard. Ah, gut, dass du schon da warst. Ich hör drauf. Ich hab deinen Arm geblockt, aber ich hab mich weggerissen. Ah, geh auf die Nasen. Verteidig auf der Linie, wart auf mich. Wegfahren ist verboten. Auf. 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 Ja, es ist wichtig, wenn ich aufs Klo muss, dann funktioniert nicht alles. Boah, du Arsch. Was tun wir damit? Weiß ich noch nicht, ich lass ihn mal durch. Zeit. Oh, wieder aufs Tor, oder was? Der ist richtig bass geflogen. Alter, ich war mir sicher, der geht in Richtung Mittellinie. Ich hab mir gedacht, der geht drüber noch. Darum habe ich nichts mehr da. Ich wollte mich von ihm anschießen lassen, damit er Richtung Mittellinie fliegt, der Boah. Und er kriegt ihn genau ins Kreuzige. Weiter. Okay. Nein, nicht daneben. Das war aber Plan von einer. Ja, ist klar. Ja, was willst du gegen einen Boost hast? Naja, aber die anderen zwei sind links und rechts. Ja. 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 Ja, du hast so viel wie möglich. Ich lass ihn durch. Ich lass ihn durch. Ja. 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 Da geht's. Ich nehme einen Boost hinter dir. Ah, er ist daneben gekommen. Na, aber drüber passt. Ich hab mir gedacht, ich hab's da auch nicht richtig zugemacht. Ich kann als nächstes, wenn du nicht richtig stehst. Eben? Ja, stehst richtig. Ja. Der geilste. Ah, ich bin falsch gefahren. Gegen die Nachrichtung gespielt. Über mich drüber. Ich bin neunmal weg, aber er kriegt ihn auf zwei Nasen. Auch da nicht. Ich hab ihn aufs Tor gespielt. Nice, Block. Ich kann übernehmen... Oh, noch ein Tippsum für dich. Entschuldigung. Bin schon auf der Linie hinten. Ich geh als nächstes auf den Schuss. Block. Ah, geweckt. Ich hab mich sanft weggeschert. Oh. Okay, hab ich unterschätzt seinen Flug. Was ist das jetzt? Oh fuck, musst du denn schon auf einer spielen? Ja, das war eher Prissing, William. Was jetzt? Was jetzt? Oh, die Map ist ein Org von den Farben. Oh ja, das ist ein richtiger Angrebs. Hab ich schon gesagt. So Schatten, voll viel Farben und Schwarz. Du weißt fast dort, wo die Map anfängt und aufhört. Ich hab nur den Boost gehabt. Ich hab nur den Boost gehabt. Ich hab nur den Boost gehabt. Ich hab nur vorbeikommen. Wir spüren ein bisschen wieder auf Sicher und uns auf Konter. Entweder Ein halbender Boost als ich kein Boost hab. Scheiße Wir wollen auf der Linie. Hinten aufstellen. Ah ja, kein Boost. Ich kann Ich kicke ganz oben auf die Luft auf Frost, verstehe ich schon Abwärts Ich bin gegen sie Beide sind Im Arsch mit der Zone Ja, ich spiel über mich drüber Einen hab ich weggekickt Komplett Ich hab mir hinten einen Boost auf die Chancen Ja, so spielen Beide daneben Ja, sweet, sweet Und so spielt man das Dreckspiel Sind sie schon nervös, oder? Ja, sie heißen ja Need Boost Need Boost? Need Boost Er hat sich gar nicht Boost gebeten Achso, Need Boost Achso Er hätte ruhig ein bisschen mehr Gegenwehr gehen können Bei dem Ball Er hat erst den Boost gefahren Schade Ich traue mich nicht Ich muss sicher spielen Alter, der Hund Trifft ja die ganze Zeit, oder? Du, meinst du jetzt? Abgefahren, oder? Du hast die Kampel nur was, was du Ist Und die Strachung kommst So habe ich gemeint Jopp Hätte ich da auch geben wollen Dann bin ich Gerstig bei Händen Glauben Weil bis ich das verarbeitet habe Habe ich die Ausführung schon gemacht Das ist bei mir wieder So Ich bin noch unterwegs Ich kann nichts da Oh nein, der Hund Ich auch noch 100%ig Nein, der Hund noch 100%ig habe ich gesagt Ich wäre Ich hätte springen zu ihm Warum springe ich denn nicht? Vierer Dann sollte man sich leisten können Ich zeige ihn nochmal drüber Hinten ausstellen Ja Ah, bei mir vorbei Was sagt denn der da irgendwann, wenn er da kommt? Irgendein Roboter stehen Ach Bei so einer Situation Ich weiß ja, jetzt ist eigentlich keine Kritik aufgebracht Aber einfach hinten ausstellen Wir haben hinten nachgefahren Dann bringt sie nichts Ja, weil der eigentlich voll Zeit scheint In der mir immer links und rechts Apfel bei den Banden schießt Das hat es schon geschmeckt, dass ich komme Er hat mir ausgewichen Hm Hinten ausstellen bitte Ich werde hinter dir Jetzt Jetzt Richtig gut Ok, ich lasse ihn schießen Oh, wer? Ja, ich muss ihn schießen lassen Der war auch 100%ig bei mir am Ballen Und war ich knapp War genau in dem Spatzlplatz, wo ich halt nicht hinkomme Oh ja Was oder was? Mit meinem neuen Ja Jetzt kriegen wir dieses Bich auch noch Bis jetzt habe ich jeden Ball berührt und trufen Ich habe mich bewusst nicht gekriegt Das war jetzt ganz gefährlich von mir Das war jetzt ganz gefährlich von mir Hm, macht nichts Ohhhh Du warst ja mit dem Ballen vor den Augen So, Asegott Du nicht, jetzt verraten So, Finale Mehr hinten ausstellen Zwei Gegenteile, glaube ich Was wir gekriegt haben War so Ich alleine Oh, die sind ja schon fertig, glaube ich Mit dem Spiel Die warten ja gerade auf uns Geht schon wieder Fuck Fuck Ah, so shit Good luck Ich habe einen Blick Ich habe einen Blick zu Ich habe ihn total professionell Ich habe ihn total professionell Uhh, ich habe ihn total professionell Haha, gut, gut Ja, gut Ich habe ihn Ich habe ihn Danke für die Torexplosion. Wechseln. Das ist... Oder es ist damals auch da. Eine andere Frage vielleicht. Wieso, oder? Nein, das muss... Okay, vielleicht. Machen wir sich anders mit Gedanken über die Torexplosion. Hoch. Das ist bitter. Gute Voraussetzung. 2-0 nach 10 Sekunden. Nein, ich hole da unten durch und dass wir zu hoch kommen dabei. 17 Boost. Damit du sicher weißt, was kommen kann. Jetzt spiel den hoch und über die drüber. Das war aber richtig, richtig top. Ich habe es schon gesehen, dass du deinen Hosen hast, dass du den Hosen hast. Ich habe es gesehen. Ich hab noch zwischen die zwei da durchschummen müssen, ich hab Angst gehabt, dass mich wieder wer umbringt. Ja, eigentlich war mein Plan so ein bisschen lang und dann hab ich geschaut und dann hab ich gesehen, wie du gerade schon mit der Nase zum kurzen Pfosten kommst. Oh, der Hand überholt mich in der Luft nochmal von einer anderen Seite. Der ist schon drin. Der FBI ist schnell. Er hat nämlich keinen Boost nicht gehabt, deswegen war er mir sicher, aber es sei jetzt schon das zweite Mal, dass er mir sicher war. Ich nicht. Ich schaue. Nein, nein, nein. Nein, ich mein nicht. Fährlich, dass alles aussieht. Ja. Der war. Ja. Und der schon, als Büder. Oh, es war doch ein Block. Ich hab keinen Block gehört. Das ist bei mir vorbei. Bei mir ist es vorbei geflogen. Ich hab's Gefühl, dass ich aufs Dach gehe. Da. Da, da. Was ist det? Was auch davon nix? Ja. Das ist bei mir. Oh, das war knapp, gut so dann bin ich. Aha. So, ich positionieren. Aaaaah, ich kann mich weg. Ah, er ist schon, der zweite ist schon da und spielt nur hier. Oh! Ja, es ist auch ein Wund. Oh! Ja, es ist auch ein Wund. 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 Ja, das ist auch ein Wund. Ja, das muss ich auch ein Wund. Das ist ein Wund. Also wird das ein Wund. Ah, du bist mein Gegenfreund, auch der Gegner. Ja, ich war mir nicht sicher, ob du ein Daboboy war nicht leicht. Die Zeit spüren, 30 Sekunden vor, sag mal. Das ist okay, so weiß ich, das ist Zeit, aber das ist auch für mich, was ich gesagt habe, wenn das so geht nicht. Wir haben noch mit da. Schnell starten, weil der hat ein 300er Pin gehabt. Geht zuerst und tue ein bissel hinten noch. Oh fuck, da hat er schnell start gemacht. Ich hab keinen boost. Ah, zu viel. Oh, du geh den Ball nach, passt da. Du nicht. Bist du da? Passt. Wir kommen schon, aber das wird nichts. Sag das nicht einmal, wenn man sowas wird. Ach so, umgekehrte Psychologie. Ja, weil ich sage, ich kriege die Worte mit der Candy und der Daddy. Ah, ich muss aufs Klo. Nein, ich bin nicht mitgefahren. Ich habe mir dagegen entschieden. Keine Ahnung warum. Gut so. Ah, er ist ja da. Da hat er kein boost. Das ist kein Problem, wenn ich gehe. Aufgegangen. Da sind jetzt beide da hinten aus. Ja, ja. Und stören halt. Aber wenn man sie nur aus tun, passt das auch. Oh, da kommen aber Sweet zu Tür. Ja. Oh, 2-0. Deja vu. Ich las ihn durch. Hinten ausstellen. Nicht. Oh, er hat mich beide gekickt. Den hinter dir. Ich habe Boost. Ich bin seitlich von dir. Oh, so geht's auch. Nein, ich bin fast drübergekommen. Geh nochmal. Es ist deine Seite, ja. Oh, ich bin in der Luft. Sieht gut aus. Ich mach hinter dir zu, du kannst draufgehen. Schade. Ich bin zur Nachrichtung gespürt. Schade. Schade. Hinten auch schön. Ich mach noch einen Block. Den ersten. Ah, den zweiten habe ich nicht gesehen. Schade. Ich bin schon auf der Linie. Ich bin schon auf der Linie. Ich bin schon auf der Linie. Ich bin schon auf der Linie hinten ausstellen. Das ist nicht will ich von der Seite scam. Immer eine Boost. Du hast nicht gekriegt. Ja, und den dritten habe ich nicht mehr gekriegt. Ah, los ich. Mit der Öff Boost lege ich da nicht nach. Das war ein Missgeschick wieder von mir. Das sind zwei Kerl hier. Ja, jetzt sind sie sehr uneinig wegen, glaube ich gerade. Wir beide haben irgendwie einen Rückzug gemacht. Ich hau drauf. Bin mitte, bin mitte. Sie haben gerade Kraft. Ich weiß, ich glaube, dass sie gerade absichtlich hätte ich gerade. Den one. Ah, klar, nein. Das hat zwar ausgeschaut, glaube ich, von der Seite. 3-0. Und da ist. Sieger. So, geh pissen, bevor es die abpisst. Ich werde nicht mit dem Druck weiterspülen. Hahahaha. Ah, ich gebe pissen. Glückwunsch zum Sieg. Der Sieg. Ebenfalls. Gut gespült. GG. Aua, aua. Ah, f***. Aua. Ihr wisst. 1-0. Aua, auf. Aua, auf. Aua, auf. Aua, auf. Waffe.